Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Wie viele Nullen hat eine Deziliade? Was schätzt du? 30, 33, 60 oder 63? Klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht, dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Die meisten wissen, eine Million hat sechs Nuller und das kann ich schreiben als 10 hoch 6. Der Exponent gibt also die Anzahl der Nuller an. Eine Milliarde hat also 9 Nuller, 10 hoch 9. Eine Billion hat 12 Nuller, eine Billiarde 15 Nuller. Die nächsten Vorsilben sind dann Trillion und Trilliade mit 18 und 21 Nuller, Quadrillion, Quadrilliade, dann Quinti, Sexti, dann kommt Sebti, Okti, Noni und Dezillion mit 60 Nuller und Deziliade mit 63 Nuller. Der richtige Antwort, Antwort D. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es gewusst habt. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.